Einige von euch werden wissen, dass unser junger Sportsfreund Aiden aufgrund eines noch bestehenden orthopädischen Problems an Land nicht voll einsatzfähig ist. Aber er ist ein begeisterter Schwimmer und wir können die Übungen der Wasserarbeit in dem kleinen Physiopool sehr gut nachstellen. Nimm den Arm, Aiden! Das Surfbrett apportieren Ein Dummy apportieren Sogar Strecke schwimmen können wir simulieren. Aiden macht immer 5 bis 10 Minuten in dieser Disziplin. Und das Ganze zweimal die Woche in unserem Physiobad. Dann ist er richtig fit, wenn die Wassersaison im Frühling anfängt. Und das Ganze über die Wassersaison im Frühling anfängt.